so hallo liebe dampfmaschinen freunde wir haben wieder ein schönes vidridenmodell fertig bekommen das modell von vilesco das die d101 nagelneu unbenutzt wir haben jetzt nun mal zum testen angefahren ihr könnt auch im rennschieber sehen da war noch nicht einmal sp drin der kessel der ist blitzeblank da ist noch nicht einmal wasser reinkommen aber wie gesagt ihr kennt ja meine videos sehr testen wie videos oder die modelle müssen wir testen wir haben auch wieder ein regelventil eingebaut weil das vilesco leider nicht verbaut hat bei dem modell hier könnte nur heizen und rennt die halt voll los und deswegen bauen wir immer so ein regelventil ein wie gesagt dann könnt ihr jetzt schön die geschwindigkeit regeln und auf den bildern seht ihr das findet die pfeife ist eine neuere pfeife daran seht das ist auch neueres modell aus plastik alles super dicht geht doch aber die pfeift nicht die zischt nur und ich kann euch keine dampfmaschinen verkaufen die nicht pfeift also ich das will ich nicht ich habe jetzt sind ziemlich alte pfeife aber poliert die sieht gut aus die pfeift aber wenigstens schön die kinder wollen ja auch das modell auch mal pfeifen lassen ich lege die auf wunsch könnt ihr mich gerne anschreiben die lege ich gerne dabei die neue pfeife aber die zischt halt nur na gut wir haben jetzt mittlerweile genug druck drauf die beheizen wir mit gas mit einem keramikbrenner wie gesagt ich lege noch ein päckchen spit dabei und einen trichter lege ich auch noch dabei wie gesagt das modell hat wieder eine kleine säge die 100 d101 und kleinen schleifbock wir haben mit erstmal abgemacht dass das modell erstmal druck anlassen und wie gesagt die läuft halt volle pulle los weil ihr könnt die original nicht regeln ich sage mir persönlich immer ist unspielbar die kinder können mit sowas nicht spielen weil das rad hat ja nur und die wollen ja auch was antreiben oder ruhig laufen lassen und das schöne ist ihr könnt jetzt hier hinter noch eine transmission hin bauen dann macht ihr hier noch eine riemscheibe drauf und dann könnt ihr schön was mit antreiben wunderbar da könnt ihr noch weitermachen kraft genug hat die kleine maschine ihr müsst halt nur auf den kesselstand beachten weil hier nicht so viel wasser rein passt ist halt nur ein kleiner kessel von der d10 das aggregat ist ja auch von der d10 alles soweit ja wie ihr seht wie schön langsam die tucker hat also das ist normal so nicht möglich und die alte pfeife lässt ganz leichten druck man hört das leicht zwischen aber ich finde sie schlimm aber die pfeife sind vernünftig wie gesagt die original pfeife lege ich gern dabei wenn er einer wert drauf legt aber wie gesagt original pfeife pfeift nicht das ist halt wie lesko ich habe schon mehrere modelle gehabt oder auch neue pfeifen gekauft die pfeifen einfach nicht ich weiß woran es liegt die ist nagelneu da war noch kein wasser drin auch kein wasserdampf aber die pfeift nicht naja gut wir testen das modell jetzt auch herzelnieren weil das kann ja sonst lange stehen trotzdem mal irgendwas und nicht sein aber wie gesagt guckt euch die bilder an die ist wirklich nagelneu wir haben auch hier diesmal so wasser oder erst rappelvoll pascal kommst du mal gerade mein so muss man gerade helfen bei dem wasser behälter mal leer machen weil wir haben sie eben schon druck anlassen weil der es rappel voll wir haben schon eine weile getestet den müssen wir ab und zu mal lernen macht die hand runter so wir können ja gleich mal noch mit anschließen dass ihr seht das alles funktioniert so ist immer ein bisschen doof mit einer hand so etwas fummelig heute so wir haben es geschafft so kommen wir mal anfahren wie ich das schöne ist wie gesagt ihr könnt jetzt regeln könnte beide richtung fahren muss ja auch gehen wie gesagt die maschine ist nicht gebraucht die ist nagelneu wir haben jetzt noch mal zum testen mal rausgeholt gut ventil haben wir umgebaut das regelventil weil ihr könnt sie nicht regeln und das geht einfach nicht wir bauen immer guckt meine ganzen videos an wir verbauen immer so regelventil aus dem aquarium bereich das ist eine super sache die sind auch super dicht wir machen hier so plastikhebel drauf weil das wird sonst so heiß ihr müsst da was drauf machen sonst verbrennen sich die kinder die finger das ist nix wie gesagt mit der pfeife die lege ich gern dabei die originale die pfeift aber leider nicht und wie gesagt mit der alten ist von alten modell von der alten d10 die pfeife da haben wir nur an den griff drauf gemacht weil die griffe dann nicht mehr schön aussehen aber die pfeife wenigstens ein bisschen na gut wie gesagt das schöne modell kommt gleich bei über klein zeigen wie gesagt wir testen die modelle trotzdem was kann man das lange stehen trotzdem muss kaputt sein aber wie gesagt hier war noch kein wasser drin ihr seht das schauglas auch super sauber der kessel ist rußfrei das ist ein gutes zeichen die aufkleber das modell wurde noch nicht benutzt alles wirklich nagelneu nur leider auch kein karton dabei wie bei anderen schön modellen leider auch nicht naja und das schöne an den ventilen die machen richtig auf also könnt ihr richtig habt da richtigen betriebsdruck das ist wahnsinn weil diese plastikventile viele sind auch mit plastikventilen das modell gibt es das nicht aber die haben dann keinen richtigen druck wie bei der feuerwehr ich umgebaut habe die hat jetzt richtigen druck die fährt auch richtig dann weil die plastikventile lassen keinen richtigen druck durch na gut wie gesagt hier bauen wir halt nur so regel ventil ein weil ihr könnt halt die die luftzufuhr oder das könnt ihr halt nicht regeln rattern die dann würde jetzt so würde die dann nur noch laufen und das wollte ja auch nicht ihr wollt ja schön langsam tuckern lassen es ist ja gerade das schön wenn man so schön regeln kann beim fahren weil ihr wollt ja später mal bestimmt noch was anklemmen dahinter transmissionen wollt vielleicht noch mehr betreiben wie gesagt besorgt euch nur noch so eine kleine riebenscheibe die kriegt ihr überall her oder habt eine alte transmission da könnt ihr es abschrauben macht das mit drauf und dann könnt ihr schön auf dem brett bauen könnt dann mehrere sachen betreiben und auch ein karussell mit anklemmen wie gesagt eine super sache so werden sie auch gleich wieder ausgiebig putzen weil durch das beheizen ein paar wasserflecken oben drauf das bleibt halt nicht aus ja und dann sage ich mal kann das schön modell gekauft werden ist wirklich ein guter kauf der macht da nichts verkehrt und wie gesagt ich lege noch ein spit dabei den trichter legt dabei und auf wunsch sprecht mich bitte an legt die pfeife auch haben wollt weil wir haben jetzt eine andere pfeife gebaut weil die soll ja auch schön pfeifen was macht das für den sinn wenn da nur die zischt halt nur das ist nicht schön na gut wie gesagt das modell kommt gleich bei über kleinzeichen zum verkauf ich hatte vor kurzem schon mal einen drin das war auch so ein schönes schnuckeliges kleines haben wir auch umgebaut mit regelventil war eine prima sache und die sind auch mal schnell weg also wartet nicht zu lange oder guckt beobachtet die sind immer ganz schnell weg weil wie gesagt das einzigartig mit dem ventil das kriegt ihr halt nicht das baut euch keiner rein und die gibt es halt auch so die modelle nicht wir rüsten wie gesagt alle modelle um mittlerweile und wenn man vernünftig verlönt das anpasst dann ist das super dicht und ihr habt auch viel freu damit wenn ihr wirklich mal irgendwann was habt könnt ihr jederzeit ankommen das ist kein problem wir restaurieren die wir reparieren die mittlerweile alle selber wenn ihr mal kessel irgendwas habt auch kein problem na gut alles klar jetzt haben wir gleich sieben auch haben schon sieben minuten jetzt reicht es wie gesagt bei ihrer kleinen zeigen gleich wir werden sie noch ein bisschen laufen lassen und dann werden wir schön putzen und dann kommt sie wieder ins regal alles klar euch einen schönen abend noch bis dann euer dachmaschinen profi ciao